Alleine dafür bist du jetzt reif. Trottel. Ah, schade, doch nicht. Ach! Ich hätte das Mori nicht durchziehen dürfen. Das war mein Fehler jetzt. Na ja, gut. Kann man nichts machen. Ich würde mal spontan sagen, das Borotype-Safing war völlig für'n Arsch. Warum sollte ich? Warum sollte ich? Du hast nichts besser zu tun als zu safen, während ich quasi noch in der Nähe bin. Auf Wiedersehen. Du hast null Respekt, ich hab null Respekt. Ganz einfach, so ist das. Ja, dachte ich mir. Trottel. Ich bin nicht dumm. Kommt er frei oder kommt er nicht frei? Ja, könnte er schaffen. Könnte er schaffen. Weil hier der Berg nur von der einen Seite ist. Das ist ärgerlich. Ja. Schade. Egal. Aber du willst echt das Haus wieder mit mir machen? Herzhaft. Ich komm dir mal hinterher. Paletten hast du hier nicht mehr? Uh, der war nice. Der war nice. Ah, da bin ich schön ausgetrickst. Kleine Drecksack ey. Ja, da hat er mich diesmal ausgetrickst. Aber der wird gleich noch hängen. Der andere kann von mir aus gehen. Interessiert mich da nicht. Aber der wird hängen. D-Marianne. 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 Schade, dat war nix. Irgendwo hier ist der lang. WTF? Einfach weg. Einfach weg? Gibt's doch nicht. Einfach verschwunden. Ah. Ah. Und wieder rein. Fenster. Dahinten läuft sie. Aha, da ist sie. Ich weiß nicht, warum ich den Dwight immer verliere. Und Gropama. Hallöchen. Willkommen. Ich weiß nicht, warum ich den Dwight verliere. Ich kann's mir nicht erklären. Ach Gott. Die kriege ich weder in den Keller noch sonst wo hin. Die kommt raus. Das ist doch shit. Alter, wie schnell ist die bitte aus dem Griff raus? Wie schnell ist die bitte aus dem Griff raus? The fuck? Wie geht denn bitte das? Da hinten ist das kleine Arschloch wieder. Der den anderen gekillt hat. Ja, ist er hängen geblieben. War wohl nichts. Er leckt auch. Das ist das Hauptproblem bei dem. Sonst hätte der... Da guckt euch das an. Wie der sich da die Treppe hochleckt. Unglaublich. Und dann geht's. Wo? Hier war grad Marx, aber... Der ist ruhig. Wo ist denn der dritte? Eins, zwei, drei. Da oben. Och Gott ey, jetzt muss ich... Warum haben die denn hier den Berg wieder verändert? Er ist total komisch wie er sich leckt. Total komisch. Natürlich direkt wieder ins Haus. Wohin auch sonst? Irgendwo... Da ist er. Och. Ernsthaft jetzt? Alter Schwede. Ja, das ist... Ich hab wirklich in jeder Runde mindestens ein, zwei Leute, die wirklich rumlecken wie Hulle. Das ist nicht mehr feierlich. Echt nicht mehr feierlich. Ah, die andere hat die Edge gefunden anscheinend. Sonst hätte er sich jetzt nicht verrecken lassen. Das ist jetzt echt dumm gelaufen. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr feierlich. 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 Das ist der Sinn. Immer bleib ich irgendwo hängen, ey. Das ist echt unglaublich heute. Einfach nur halbisch. So. Wiedersehen. Wow. What the fuck? Wollen wir mit dir los? GG. Komisch für den... Diesmal habe ich für den Dissealer aber meine Punkte gekriegt. Sehr komisch, ne? Die Berechnung zwischendrin ist echt ein bisschen seltsam. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig.